Klamour Klamour Setz jetzt den Bereich ab wo wir sind Klamour Klamour Kann ich damit hochfahren? Ich brauch einen guten Punkt Der Punkt sieht auch nicht besser aus Ich geh einfach zu ihm Gut Ja dir auch ne Oh Gott Acht Kilometer ist er weg Sind schon Gegner da Sie lehnt sich noch ein bisschen näher Boah Nicht wenig Er ist erledigt Das ist gut gemacht Was sind die denn? Hat da Eins Bei Wie unfair Den wollte ich haben Okay Ewig kannst du auch nicht die Luft anhalten Ich hab's begriffen Toll zu spät Er ist einfach viel zu gut Er ist viel zu gut Er ist viel zu gut Er trifft sie alle Wow Schön dass ich Klamour gesetzt habe Schön dass ich jetzt nachlade Und schön Dass ich ihn direkt in den Kampf darf Oh meine Klamours waren gut Lagt da nicht noch ne Klamour? Irgendwo? Du machst uns jetzt hier nicht an ja? Nachladen Boah wie viele Hubschrauber beeil dich Du schießt nicht mehr auf uns Hier da Die könnt ihr haben Die könnt ihr wieder haben Will ich nicht Als ob auch noch feindliche Helikopter kommen Egal Spiel ist gespeichert Da ist er Uhuhuhuhu Schon direkt daran Paputt mach W można Boa wo mo Er darf mich nicht sehen Er darf mich nicht sehen Boah wie viele Wie viele... Wann er trifft Gut Okay das ist Zeit Big Bird Wir sind Ihnen deutlich unterlegen Wo bleibt Ihr? ja ja wollte ich mal bitte ein bisschen jetzt wissen sie wo ich bin Stellungswechseln nachher der Schadfüchsen gewährt schon wieder so nen netten Durchschlag gut genau wo warum nicht tot n warum nicht okay Platz schneller nach um war natürlich noch ein Schuss im Magazin gehabt kommt da noch wer ich treffe immer die schöne Wand dahinter die wundervoll ja ich nicht aber echt die kommen auch so schnell wie möglich er ist erledigt ich muss mal wieder meine Position ein bisschen wechseln ey du stehst nicht wieder auf wow 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 weg ja genau bei euch vor die Füße Waffenwechsel hat auch gut funktioniert noch einer die Menschen sind die frech wieder Waffe wechseln auch vor sich vor sich vor sich bekannte hallo dort ist zu besuchen so viel zu langsam wäre. Ach, das ist dein Kopf. Nicht dein Kopf? Ach, das ist dein Kopf. Sehr gut. Wieder einen Kopf verloren. Boah, wie viele! Und vermutlich darf ich die Landezone auch noch säubern, bevor der Hedi hier landen kann, oder was? Wow, 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 wow. Ich will nicht wieder sterben. Und ich will nicht wieder... Oh, das war nur noch 2.000 Meter. Oh, wieder bei 6.000 angefangen. Ist mir scheißegal, was du da jetzt machst. Toll. Scheiß. Scheißposition. Alleine brauche ich hier auch nicht wirklich durchkämpfen. Ich warte jetzt einfach hier. Vielleicht klappt das ja auch. Auch. Geht nicht so gut aus. Natürlich. Natürlich. Er kommt mir einfach hier rum. So, mir geht es wieder besser, aber... Meine schöne Stellung ist furcht. Big Bird! Wir sind die deutlich unterlegen! Wo bleibt ihr? Aber echt Big Bird! Oh, oh, Kanate. Oh, oh, oh. Boah, krass. Wie genau die schießen, ey. Am besten... Hinten runtergehen. Ey! Wie soll ich denn das halten? Ich weiß es nicht. Feindliche Helikopter kommen! Ja, wo denn? Da! Puh. Er ist erledigt! Wo jetzt... Überall! So. Da hinten war quasi noch einer. Ja. Ach ja. Steck mich einfach hinter dir. höh weg hier könnt ihr selber halten so wo sind denn da welche du bist sowieso unsterblich wie mir scheint also du gehst jetzt alle man was für eine Pussy bin ich hinten war gerade einer überall Grashalm ich brauch Schutz hinter dir Schuss die Schuss oder zumindest mal irgendwie für zwischendurch hab noch einen hm du sitzt hier auch noch ja genau du hast mich in meiner Bewegung etwas eingeschränkt ziel neutralisiert so du hast mich gerade voll ich gucke irgendwo was rotes aber ich finde nichts rotes bumm sehr gut Big Bird ist auch langsam etwas näher Ziel erledigt Hauptsache ich werde jetzt nicht noch von Granaten geht so nachladen oh weg oh 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 sie haben es gesehen sie haben es gesehen nimm doch deinen Fuß da weg ich kann mich nicht bewegen ich kann mich nicht richtig bewegen du bist zu dick oh gleich ist er da gleich ist er da bitte räume jetzt auf bitte räume hier auf bitte räume hier auf du kommst von da oh da ist er räume hier mal eine Runde auf wie sie bitte wo auch schnell weg du kommt jetzt hier mit passen jetzt auf uns auf hatte ich mir so gedacht schneller ah nein 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 nicht jetzt noch sterben nicht jetzt noch sterben nicht jetzt noch sterben nicht das Ende der Mission ist ja schon etwas schwerer los einsteigen und kommt Sgt Grant Harrison auch nachvoll guck mal Leute ich habe einen P5 gefunden darf ich die behalten hier tschüss die Sicht hat natürlich wieder was ist schön hier mal nachladen vielleicht brauche ich sie ja noch ich habe keine Ahnung und wir haben mal wieder was geschafft und sind wieder beim SAS und ich muss mal eine Runde husten genug gehustet doch der Helikopter kommt frühestens in einer halben Stunde Captain Price nicht gut dann sind wir schon 10 Minuten tot das ist nicht so gut jeder Ultranationalisten Psycho in Sakajews Tasche wird auftauchen um alles abzuholen oder das was von ihm übrig ist genau wir platzieren Sprengsätze entlang der Alpha Linie am südlichen Hügel und weiter entlang der Bravo Linie wir stoppen sie auf dem Weg nach oben und halten die Stellung am Evakuierungspunkt in den Feldern rund um die Farben noch Fragen legen wir los keine Fragen sein Plan ist gut sein Plan ist wirklich gut heute 8 Stunden nach Al-Assad dort der ist tot achja oder? ich weiß es nicht war das nicht vor 15 Jahren oder so? keine Ahnung ach nein da hat er seinen Arm verloren so war das so McTavish sind wir wieder das ist eine schöne Waffe hier schöne Waffe schöne Waffe schöne Waffe